... eine Fixgröße unter den heimischen Musikfestivals. Seit gestern versetzen täglich wiederum 2500 zumeist jugendliche Besucher die 300 Einwohner zählende Gemeinde Bildein in einen Ausnahmezustand. Und eines wissen die Besucher dabei in jedem Jahr besonders zu schätzen, die einzigartige Stimmung auf dem Festivalgelände mitten in der Ortschaft. Reggae-Klänge mitten im Südburgenland präsentiert die ungarische Band Ocho Macho heute Nachmittag den Festivalbesuchern in Bildein. Entspannte Musik, die optimal zur Grundstimmung des Festivals passt. Ja, also ich finde es ein bisschen chilliger, weil es nicht so groß ist und eher gemütlicher ist. Es ist nicht weit zum Campingplatz und man kann auch in den Boden gehen, weil es nicht so tief ist. Es ist einfach gemütlicher. Für mich ist es super, weil es in der Nähe ist. Und ja, weil jeder herkommen kann und spielen kann, weil man Leute trifft. Und ja, es ist einfach ein super Treffpunkt. Auch wenn bei mehr als 30 Grad Celsius Außentemperatur erst wenige Hartgesottene den Weg vom Campingplatz zur Bühne gefunden haben, das Picture-On 2009 ist ein voller Erfolg. Also wir sind mehr als zufrieden. Wir waren sehr überrascht über den Hype, der die letzten Tage entstanden ist. Also wir hätten einige hundert Karten mehr verkaufen können. Und ja, das Gelände war bombvoll. Die Leute waren sehr friedlich, sehr glücklich, super Musik. Die Stimmung ist fantastisch. Während die Bands auf der Bühne die Stimmung anheizen, suchen nur ein paar hundert Meter entfernt andere Festivalbesucher Abkühlung. Auch das ist Picture-On. Total cool zum Abkühlen. So zum Zwischentuch morgen, Bier trinken, ein bisschen schwimmen. Passt schon. Nein, das gibt es leider nicht überall. Also im Nohr gibt es das nicht und das ist schon recht cool. Wie ist das Wasser? Ziemlich kalt. Also ich bin schon reingesprungen und danach hat es mich immer gerissen. Gute Stimmung herrscht am Nachmittag auch auf dem Campingplatz am Ortsrand. Dass es dabei auch einmal lauter werden kann, stört kaum einen der Anrainer. Ein sehr schönes Fest ist und das könnte jedes zweite Monat sein, von mir aus gesehen. Jedes zweite Monat? Das würde Sie nicht stören? Nein, habe ich kein Problem damit. Das Picture-On 2009 geht heute Abend zu Ende. Höhepunkt ist der Auftritt der New Yorker Kultband Life of Agony.